ARD Text im Auftrag von Funk 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 warum gibt es eigentlich nicht mehr, wisst ihr das? Nein, I don't know es war einfach Godmother of Weapon der Knuller, Alter es war so geil ich hab dabei auch Gott, vielleicht nicht mal wenn es mir schlecht gegangen ist, dann habe ich einfach die M60 genommen ich hab einfach das Schlachtfeld befriedet so geil das Teil zupft Sand und dann machst du... oh, so geil, der Soundwesen ist nicht mehr hey, kann ich nicht retten, die Wurden jetzt geht es nicht mehr Goldsamegstorben, super kostet nix, außer Zeit hihihi hihihi Biaj Biaj heil, 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 heil heil, heil, heil ey, ich zieh dir durchs Fenster und zieh aufm Alex, was ist denn da los? ich bin doch im gleichen Team ja, warum, wieso? irgendwie, ich hab jetzt da durch das Fenster durchzucht und dann hab ich, fang mal deinen Namen aufgleicht oh boah, ich bin jetzt voll, waaaaaah, ich renne einfach durch das ist ja Wahnsinn wuh, ich hab's geschafft da holen wir uns wirklich D echt ein harter Zeichen D und jetzt, Kampfzeichen und jetzt holen wir uns eh, oh, weh, oh, weh wo war der? ah, weh ah, weh was hast du im Kampf gemacht? Gary, hinter dir ist einer hinter dir hab ich gemerkt, ja fuck, hab ich nicht gesehen, geschafft da sind schon Grenade von mir ach so, ich komm, ey ich hab dem mindestens dreimal den Halsschlag oder durchschossen ach, das du, du liegst doch überlebt, was du kannst du liegst du, ich bin grad erst wieder gespawnd jetzt ja, wir müssen gleich zu E ja, E ich spawne bei meinem Squad Leader das ist auf D, Alter wenn wir E hinten danach sind nachher fast naja, wir können ja wir können ja du musst schon ein bisschen pragmatischer denken wir können ja E auf den Weg dorthin mitnehmen na, wir packen jetzt bei der Eier das haben wir ja gleich wer hat wen bei der Eier? wir, C Scheiße, da ist irgendwo einer das ist natürlich unangenehm, wenn der irgendwo einer ist was habt ihr? jetzt ab zu E und rennt zu C was E? dann rennt sie mit der falsche Richtung bitte lasst sie mich nicht allein jetzt ab zu E und rennt zu C ich find dich da ist nicht zu da kannst du dich driften da kannst du dich driften das ist ein Wahnsinn diese dumme Sau wo sind denn da die Hubschrauber? ich möchte Hubschrauber fliegen ja, doch auf mit deinen Hubschrauber ich suche immer Boat Boat, Boat wir haben kein Vodka, Alter wir haben kein Vodka, Alter Boat Boat, Kapitän die Flughauber willst du ein Milchschnitt, Vitali? das ist ziemlich schmeidig, was du davon machst wenn ich doch nochmal joinen könnte wenn ich doch nochmal joinen könnte Steve, Spawner boat hau fangst schon wieder gut an die Runden, hey super, du Spawns und dir fliegt ein Handgranaten ins Maul ist eigentlich die Minigranaten besser scheiße, ich glaub sie hätten gemacht warte was ich mein die explodieren schneller und du kannst mehr davon tragen die Minigranaten die wirds freigestellt nämlich also die also ich hab die Impact verwende ich aber weil das ist dann die nächste du kriegst, aber die ist eigentlich gleich so so ja dann wieder zu D zu, oder? auf B kämen wir nicht einige D? ich brauche eine Teilung bitte komm ja so muss ich mal hin zu D wieder, oder? was wo? der Sniper ja sicher ja genau du ähhh ähhhh Woh! wo war der der? von hinten, oder was? mhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmm Das langt! Boah, das geht nicht los bei mir. Schade. Wow, doch! Geil! Und jetzt ab zu David, oder? Hat's geheißen. Eher einnehmen vorher. Achso, Eher einnehmen. Eher geht's ab, Alter. Da geht's ab. Da geht's ab! Hast du aufgetaucht? Bin im Sperrgebiet da. Sind nicht so... ...gut, gell? Anal, im Sperrgebiet! Sperr'ma ab! Analymposi! Analymposi! Oh! Das war natürlich unglaublich. Entschuldige, falls ihr da jetzt wen gehilt habt. Von uns. Da, und die. Pass auf, die Klinge. Hier ist einer. Wo sind die nur noch? Ich muss ein bisschen Druck halten da. So schaut's nicht mehr aus. Na, boah, wie dreckig. So. Anal für Rosi. Super. Was ist er von hinten gemacht? Ah, danke schön. Der ist noch... Der ist irgendwo. Oben. Super. Der schießt von... Von... Da drücken, glaube ich. Jetzt noch mal. Aber es trifft ja jetzt nix. Verdammte Scheiße noch mal. Ja, so geht's mir auch. Ach du Heiland, ach du Heiland... Also ich bin aber eh, gell? Auf der Gange. Bitte. Da sind irgendwo welche da. Oh! Da im Eck, oder? Ich schieß einfach mal auf Verdacht. Verdacht. Der Hund deckt uns da grad volles Röhr ein. Volles Röhr. Zeug. Ne? Alter, wo sind die? Ja sicher, Sponsor. Der Hund sieht mich auch. Jo. Ei, geht sich riesig. Von der Base kämmens. Der Vogel auf. Gibt's ja nicht, Alter. Nicht uns sterben weg, gell? Na. Die, die, die! Die! Da bin ich Todesresistenz. Ja sicher. Dies. Ist. Spass. Wo schießt denn der schon wieder her? Das gibt ja nicht. Aber ich glaub, wir gehen ja da voll am Sack, oder? Dass wir da eh so lang halten. Ja. Gehalten haben. Gehalten haben. Ja, du musst da wieder viel kriegen, hallo mein Gott. Das kriegen wir noch, eh. Okay. Kosten, Gary. Na, der war so mitlaufen, ist nicht. Boah. Okay. Diese komischen Maschinen geben keine Deckung gegen Granaten. Wo ist der? Wo ist der? Jetzt holen wir uns wieder eh. Einsatz ist in Alpha, wo der Omer ist. Na! Wo? Oben. Zwei Frost über die Mauer drüber gewesen. Einen hab ich. Mauer, dort da oben rum. Acht da. Oben am Balkon. Werden da mehr oben oben? Ah. Du gehst ja schön. Ja, ich hab nur einen Sack. Und da bin ich mir vielleicht ein 3 auf. Das gibt's ja nicht. Und zwei kommen noch von D umher, einer kommt von der Base. Ja, zwei hab ich gemacht oben und einer hat mich. Ja, wir können nicht mehr spawnen. Wir spawnen bei D. Oder wir spawnen bei A und gehen auf B. Ja. Schade. ja aber dann rennen sie vier dann nehmen sie D, C, B, da haben sie schon die ganze Reihe ich bin schon gespawnt, ich lauf ja, wohin? D, lauf ich aber das haben wir auch schon ok, da liegt einer mit einer 88 wo? das ist mir jetzt Battlefield wieder aufgeführt, das ist mir verarschen wo ist der? ja na, jetzt hat er mich erwischt wenn sie funktionieren nicht mehr hab eine Mündungsbremse freigeschleitet ja dann verwenden wir es doch und ein ergonomischer Griff, ja hallo servus hallo, ergonomischer Griff habe die Ehre hallo steiß beim Krieg, jung grrr ist auch neid danke, danke war noch zu blöd da gehts wir haben gerade Einsatzziel Delta neutralisiert ok dann gleich D markieren ich verschlagen da eine Kugel nein ja das ist D markiert was habe ich markiert? D ist ein D markiert D ist ein D markiert D ist ein 5, 6 oder so D ist das nächste ja genau D ist die Mitte D ist ein D markiert D ist ein D markiert schön das ist gescheiter unten Boah gelegt, da stehen ganz zwei drin im Nebendurchgang Phil bist du Squad Leader? na ne? Gary ist, gell? außer dass die bis abkommt danke oder? was? ich bin nicht abkommt na warte ich hau'n aus da ist noch eine AHHHHH danke gracias, muchas fuegos was? wie soll er stehen? ich bin noch der Beitritt ach fuck der steht wieder auf na jetzt ist der Affe mit Waffe da mach die Sau mach die Sau so ey da bei A ja ja wie ich gehört und sie sind seitlich gell? wo sattst du? und sie wollen unbedingt da durch sie kommen schon durch ich bin grad draußen bei A oder bei B? nein nein sie kommen jetzt durch bei B außen ja sicher danke du Joints und wirst überall erschossen das ist ja Wahnsinn warte ich hol den zurück NAH GRANATEN ja im Schnoor oben hockt einer den hab ich killed na ey aber da ist irgendwas nachgegriffen tja irgendwas nimm dir diese Kugel wow da ist ein ein Schnipper da vorn ja da misst ein kleiner halt durch dein Maul er schnippt durch die Gegend von draussen können wir sich von draussen können wir sich nicht nur sehen Alter gegriffen aber wir machen aber messig viel oder jetzt wird die MG ausgebrockt die was? bei B ja die MG wir haben jetzt auch wieder dann nehmen wir mal jetzt aber nicht die Elsat sondern die Pechenöck naja die nehm ich auch her mit zwei Bein hab ich zwei Bein oben warte ja hab ich oben es geht da hin wo legen wir uns hin? ich leg aber links von vorne muss so was hast du denn? ja der Angst schnauft wieder alter ja du red nicht vorher du darf jeder ist ja Angst ja na jetzt kommen wir uns durch okay da unten kommen wir uns ja unten seitlich bin da also irgendwie zwei Bein funktioniert nicht mehr so richtig gell? ich weiß es halt jetzt kann man es so zart aufstehen bin noch nicht dazu gekommen so in unten ist safe ich bin noch nicht dazu gekommen ich bin bei zehn ich bin bei zehn lasst's mir doch wie lasst's mir! ich will schon einen so ronate 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 walt ronate 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 bei mir funktioniert es nicht wenn ich lieg funktioniert es nicht ne? sag' geh schau' wo ist der? wo ist der? wo ist der? die stehen grad links doch da ist einer Probier's aus, geht Obe! Nein, jetzt retten wir ja wieder einen, Alter! Jetzt war Obe schon erwischt! Da ist doch ein schlimmer Ficker gewesen, oder? Das war übrigens bei mir beim Fußweg-Overlay, das blieft zweimal da und der fiel weg. Ich würde sagen, der Overlay funktioniert nicht mehr. Das ist doch ein Blödsinn! Vielleicht ist es ein Bug! Du hast schon decken Schaum, bist weg, oder? Boah! Da kommt zu vier Teil einer, da bin Null-Chains! Hier sind deine Kugeln, Mann! Heute ist Granatenwetter, ihr Ärsche! Jawohl! Gib ihm! Hey, ihr habt gerade... Ihr habt gerade nicht Squad-Member gerätzt. Stark! Ah, schon, wo war ich? Geht schon! Ja, das hat die Mühe! Oh, weh! Oh, weh! Löstig! Gut, dass du... Stürme ist, würde ich sagen. Na! 8-18, Alter! Die Runde ist nix! Die Runde ist nix! 8-18! So... Wo gehst du dazu? Ah, wer ist Versorger? Ich bin Versorger! Negativ! Wo gehst du dazu? Da oben oder was? Oh, weh! Oh, weh! Oh, weh! Oh, weh! Geil, du legst die Erste-Hilfe-Backerl her und da regnen die Punkte! Oh, weh! Ah, der Kerl hat zu uns! Ich glaube, der Kerl hat sich alles geschissen und der Kerl hat sich da hinten ausgesucht. Ah, ja! Der muss aber doch gerade eine Karate hingeschmissen werden, wenn wir zwei spawnen! Ah, okay! Ja! Das gibt's ja nicht, ey, alle! Wir wissen doch nicht! Über außen vielleicht ein bisschen, ne? Ja! Aber da wird's da gleich wieder irgendwo niedergehebelt! Dass man außen relativ viele Sniper probieren müssen, muss ich! Ja! Nicht los! Ah, nein! Aber es sind unsere Leute ein bisschen bei der Firingkammer, also! Ja! Sie sind bei B! Ja, ey, da ist schon wieder ein Sniper! Weil wir haben da drei Sniper am Start, der wird aber hoffentlich auch auf dem Limit gehen! Danke! Habt's doch drei Versorger, Alter! Es sind momentan... 100 Punkte hinten! Das konnten wir sogar noch aufholen! Aufholen! Ja! Wollen wir jetzt einmal nach vorne kommen, ein bisschen! Da liegt der da vorne, der Wichser! Ja, steht's alle vorne miteinander! Ja, Alter! Jetzt fern sie mit Granaten, diese Pisser! Ja, aber wenigstens haben wir welche gemacht jetzt! Schweinsaugen haben da Quarty getreten! Ja! Die Salpazis! Haben die uns... Was tut eigentlich unser Kommando, oder? Wer sollte damals so zu Drohnen sitzen, ey? Nein! Firi! 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 Ich bin beschust. 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 Scheiße. Da kämmen wir uns alle. Wir fuhren wieder. Jetzt rennt er nach oben. Ich frage mich. Werden jetzt auch von uns gekillt? Nein. Draußen kommen jetzt auch nachher. ZB. Oida. Ja. Muss ich auch hier. Von rechts wieder. So, der Martin lebt noch, wie man hört. Ja. Wie schaut's denn von unten aus eigentlich? Ich geh grad unten durch. Sniper liegt da. Jetzt greifen sie auch an. Checkt eure Karte. Ich muss gleich spawnen. Der Sniper, was ich gemacht habe, habe ich. Bein nah. Oh, er ist schon voll besetzt. Du kannst nicht mehr spawnen. Ich schau ihn hinten bei der Base und lauf vier. Ja. Me too. Jetzt kommen zwei wieder, Gary von unten. Sau. Sau, Bia. Ah, einen habe ich. Ich weiß, dass ich da geschossen habe auf zwei. Aber du wirst doch keinen. Du musst einen Sliker fahren, bitte. Keiner. Ich dachte jetzt wie ein Staubsauger oder was? Was? Mein Gesicht habe ich grad die Lassatur ausgesaugt. Ja, well. Du bist verstaubt worden. Hast du einen Hunger gehabt oder was? Nein, schmutzig was. B wird eingenommen, gell? B wird eingenommen, gell? B ist hier, ja? B ist hier, ja? Jetzt verlieren wir schon wieder alle beide, oder? Nein, B. Dann habe ich B einfach. Bitte schön. Ah, so verzöhnt. Ja. Ja, schön. Und wieder vier, ich weiß nicht. Jetzt kommen wir uns plötzlich durch, oder? So. Kannst du durch? Ja, doch. Ja, ich sehe schon die ersten. Oder? Nein, das sind unsere, oder? Ja, scheiße. Wir haben da acht Tickets. Dann eine da, oder? Ich kille jetzt einfach alles. Na ja, das war's wieder mit der Runde und mit dieser Aufnahmesession für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sagen alle aus Ciao, Ciao. Und... Ja, servs! Wir denk!